Absoluter Wahnsinn. Das Glück ist mit dem tüchtigen 2,50 Meter hier mitten aus dem Herzen Deutschlands. Was ein Fisch! Absoluter Endgegner. Also so einen Fisch sieht man nicht jeden Tag hier bei uns in Deutschland. Ein krasses Teil. Komplett bewältigt. So eine Kanone. Ehrlich den Tag. Schon top. Absolut geil. Petri Jungs. Wahnsinn. Wahnsinnsgegen. Was ein Wahnsinnsfisch hier bei uns aus Deutschland. Also ihr seht, man muss nicht unbedingt ins Ausland fahren, um solche Monster fangen zu können. Natürlich gehört immer Glück dazu und viel, viel Zeit am Wasser. Aber das Glück mit dem tüchtigen. Die Testphase der Solid Bank Route ist damit wahrscheinlich abgeschlossen. Die Route kommt jetzt im Herbst auf den Markt. Ein Vollcarbon Blank. Dünner, schlichter Blank. Bärenstark. Eine ganz tolle Parabolik. Wahnsinnsrute. Kamen jetzt viele Giganten hier zu Hause auf das Muster. Und jetzt mit dem 2,50 Meter. Absolut heftig. Und unser Glühwürmchen. Der Rhein fällt gerade sehr stark. Das Wasser ist immer noch trüb. Frontzone bleibt vorne vor dem Köder. Hat den Giganten gebracht. Wir sind mega happy und wünschen euch viel, viel Erfolg am Wasser. Ciao, ciao.